In den ersten Stufen will ich den Blick der Beifel auf der Schwissmann-Abend wieder gehen. Ob ich gerne dich auch auf die Beifel gehen kann, wenn ich dort eine schöne Aussicht habe, von dem Ort, wo ich zu Hause bin und dort denke ich am besten verwehen. Ja, das Glück, das ich dort erfahre, dass ich mit dem Ausblick zeigen kann. Ja, ewig stolz darf ich doch sein, von dem Ort eine Bürger zu ziehen. In zwei Stufen da, du in unser Dorf, hast du es gerade geschrieben. Wer das Dorf geht, ja, der macht Kurzhalt, wenn wir die Kirche mit dem Turm aufbaut. Das Pfarrer Stau, da denke ich auch nebendran, auch bei G'schigenstein, da bleibe der Stau. Ja, der sieht aus, was für uns bei mir, will das meine große Vorbild sein. Sie haben doch auch das mal gesagt, Ehre für unsere Gemeinde hingelegt. Und in den letzten Stufen habe ich gedacht, was denkst du, wenn ich auswärtige, so von der Äschensmattern. Oftmals heisst es, unsere Sprache sei Rauch. Es wird noch Deutsch gerecht und bei uns ist gebraucht, dass man das sagt, was man heute bedenkt. Mit der Wahrheit bleibt und nicht umschwenkt. Dass man gemeinsam Schlosser zusammenstattet, zeigt doch das Biospferde Reservant. Aber gut, in der Stolz, da sagen wir die Äschensmattern, Bögezimmern. Aber gut, in der Stolz, da sagen wir die Äschensmattern. Dann ging auch eine grande Förderung, dass ja das sind gebraucht. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.